Ja, ja, ja. Ich habe gerade ein Upgrade gemacht. Ja, ja, ja. So, ich drücke jetzt auf Start. Ja. Habe ich. Habe ich gemacht. Ich habe es getan. Ich habe es tatsächlich getan und habe den Start-Button getätigt. Hallo. Hallo. Oh, ich bin in die Kasten mit dem. Ja, genau. Also, wir versuchen jetzt noch einmal das. Also, wir versuchen jetzt noch das. Halt die Arme, die gibt's so wenig Geld. Ah, ich kann aber. Ich kann. Ich bin ein Armer Schlucker. Aber ich weiß nicht, ob wenn du hostest, ob das was bringt. Wieso? Hä? Ja, weil du suchst, der Host, also suchst du mir die Map aus, oder? Ja, ja. Weiter. Aber du kannst ja nicht, oder? Doch, für die Map habe ich ja das Geld. Ach so, ach so. Aber ich habe ja einen. Okay. Wir versuchen das jetzt. Genau. Die fand ich mich jetzt ehrlich gesagt noch am besten. Ja. Weil da ist nie so viel... Wirrwarr. Das stimmt, das stimmt. Okay. Kann doch mit sowas nie umgehen. Voll. Vielleicht bei mir. Ach, da kann ich ganz in Ruhe alles durchsuchen. Super. Ich höre es aber auch. Ja, okay. Dann bist du weit von mir. Jetzt mal Kohle sammeln. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ich habe wieder vor mir getürt. Okay. Das ist doch schön. Das ist doch direkt vor meiner Tür. Das fieh ich? Natürlich. Echt? Warte, ich kann... Ja, ich höre es. Das ist so laut. Ich kann auch die Tür ziehen, die oft knacken und raus gehen auf den Flur. Dann musst du warten. Direkt warten, ob du alle Sicherungen hast, ja? Okay. Du machst das schön. Es wäre halt mal voll geil zu wissen, wer welche Fähigkeiten hat, ne? Das hat uns auch mal hinschreiben können. Ja. Knackt schneller oder keine rote Türen ohne Schiff eröffnen oder... Kackt schneller. Kackt schneller. Klingt nicht so beim Kacken. Und was Kacke ist? Was? Kacke. Wenn du die Tür... Wenn du die Tür geknackt hast, dann macht die Tür automatisch auf. Ja, finde ich auch blöd. Vielleicht mal will ich das, mach ich gar nicht. Oh, ich hab überhaupt nie aufgepasst. Aber eigentlich, muss ich dir sagen, ist, glaube ich, das hier das Schwerste. Weil, wenn du... Ja, wenn du in einen Raum reinrennst, bist du meistens schon verloren. Aber guck mal, wie oft das Vieh wieder weggeht, wenn es dich nur mehr sieht. Ich, ja. Ich hab immer so ein Glück. Ist bei denen halt auch so. Ja, okay. Ich hab eine blaue... Eine blaue Sicherung. Dann kannst du das... Ja, schon tätigen. Ja. Ja, ja. Mir ist hier immer eine Tür, die schon offen ist, eine blaue. Wo da noch niemand war. Ganz komisch. Bist du das? Nö. Irgendwer hat gerade bei mir geheult. Soll ich jetzt mal heulen? Du musst ja mal fragen. Ach so. Und siehst du es wieder, ich geh nie ein und ich rede nie. Bin nie für ein... Und siehst du es wieder da, also... Du weißt doch, was ich... Hat's dich? Ja, hat's. Voll in die Ecke geflaggt, Alter. Du hast kein Verbandskasten. Ja, ich konnte den Kibik leisten. Ich hab nicht genug Pfandflaschen gesagt. Aber Schlucker, Alter, hier. Ja. Hast du meine Mark? Du kannst das auch nicht sagen, weil ich lieg im Raum. Du siehst ja nicht mehr, wo ich liege, Norwa. Doch, doch. Da muss es ja hart bei mir verpackt gewesen sein, weil es bei mir... Ich hab das nicht. Du siehst, du siehst, du siehst, du siehst, du siehst. Wer kommt denn da ums Eck geschlichen? Ich bin, es ist Jennifer. Da, 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 da. Er kommt. Aber es ist ein anderer. Es ist wieder der Zweikopftyp. Ja. Hat er dich? Fängt er dich? Oh mein Gott. Ich hab echt mehr Glück wie verstanden. Das muss man einfach so sagen. Das ist jetzt immer so gewesen. Ich weiß. Aber ich wollte es einfach nochmal bestätigt haben. Ach so, ja. Okay. Du hast mehr Glück als verstanden. Oh Gott. Ich will jetzt hier gern das knacken. Ich will die alte knacken. Nee, knack. Ich kann kein Schloss knacken. Es reagiert nicht, wenn ich drücke. Machen wir nicht aufregend. Räck dich nicht auf Bruna, weil sonst wirst du schwarz, ne? Machen wir nicht so eine Angst. Geht doch. Ey, Lassi, die muss die Sicherung noch einmachen. Ja, ja. Weiß ich. Hier ist es dann uns wie eine andere Anzeige und so. Weißt du, ja. Bei dem Spiel ist das ja alles möglich. Wir müssen erstmal nach vorne kommen. Und guck nach dieser Stirnlampe. Mh. Das ist so. Das ist. Also, was sie sich da dabei gedacht haben, wahrscheinlich nicht. Ach, weiß ich auch nicht. Jetzt bist du zufrieden. Oh, da ist sie auch hier. Ich weiß nicht, soll ich gut gehen? Ich schliebe, guck mal, wir rennen wieder vorbei. Ich schaff das und klipp. Oh, das klingt jetzt, ob man sich übergibt. Lila Schlüssel. Gelbe Tür brauchst du nicht aufmachen, weil das... Verbindung zwischen... Verbindung zwischen... Wie ist es hier? Hä? Hier gibt es Verbindung? Da war gerade gar keine Verbindung. Doch, doch, da war eine Zwischentür, ne. Die habe ich aufgeknackt. Was ist das? Also, ich schaff das. Dann. Noch mehr. Willkommen. Willkommen. Anni was aufmacht. Ich hier hast irgendwie nichts. Oh! Oh! Wollen wir gleich hier die Seite machen? Oh, hier ist schon offen. Brauchst du hier schon? Ich finde das doof, wenn du ein lilanes Schlüssel hast, dass du nie selber entscheiden kannst, ob du den nutzen willst oder nie. Ja. Oh, jetzt ist er nämlich... Oh, Mensch. Das ist nicht gleich. Wir haben unseren Freund schon lange nicht mehr gesehen. Unser Freund? Ach, unseren... ja, Freund. Oh, ich sehe ihn. Alles klar. Auf welcher Seite bist du? Äh, ich habe gerade das Klo aufgemacht. Nee. Vom Gang. Links oder rechts? Äh, ich bin da... Also ich habe jetzt die letzte Typ, die ich aufgemacht habe, war auf der rechten Seite. Ach ja. Okay. Weil der ist nämlich genau auf der anderen Seite. Also bist du, wo es auch zur Feuerleiter geht, sozusagen. Ich bin da, wo die... Ja, ja, da wo du bist. Gut, weil der ist nämlich genau auf der anderen Seite. Ah, okay. Ja, da habe ich gespawnt auf der anderen Seite. Oh, Gott. Das erschreckt mich nicht so. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich habe hier ein kurzer Ringe in das Geschäft. Nee, auf jeden Fall her. Äh. Erster? Was ist denn das für ein Frotz? Hast du einen Verbandskasten? Nee, ich habe doch kein Geld. Ich habe doch immer noch kein Geld. Was ist denn das für ein Scheiß? Komm. Nicht auf. Wenn ich aufhebe. Dann komm mal am besten raus aus der Decke. Ist das so romantisch, dass du mich im Klo heißt? Ja, schon. Ich hasse ihn. Auch. Er geht, glaube ich, auf der anderen Seite wieder. Jetzt mach doch die fucking Tür auf. Er kommt. Er hat mich nicht gesehen, obwohl ich gerade die Tür noch am Knacken war. Aber er kommt jetzt zu uns gerade. Auge juckt. Aua. Äh. Anfall hier. Oh, ich war dieser tot. Nee, tot. Einfach nee. Ich habe auch keinen Verbandskasten mit. Was? Auch keinen Verbandskasten. Ich gehe doch über die Feuerleiter, oder? Wir müssen ja die andere Seite nochmal... Oder hast du die... Die andere Seite, da kam ich her. Die ist komplett sauber? Ja. Ja. Okay. Dann gehen wir über Diesel. Ich weiß nicht, man könnte auch einfach hier runter springen, aber... Ja, man könnte es eigentlich ganz einfach machen, aber... Nee, man muss es... Warum einfach? Ja. Wie viele Türen, die nicht gehen? 30.000 Jahre später... Vielleicht gehen manche Türen nur bei Männern und manche nur bei Frauen, oder so? Man weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Alles fehlt! Ich habe keine Ahnung. Einmal aus der Eróiimer hier sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt hier. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. war ich mir gerade sehr unheimlich ja ja weil irgendwie ist es jetzt er kommt glaube ich kann es wieder sich anhört wie chewbacca aus star wars hier meine kopflampe er kommt er kommt ja 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 ich habe keine ahnung wo er ist ja ich glaube das stimmt auch ja 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 warum ist die offen entweder hatte ich den grünen schlusser und ich weiß es was das muss ich ja gerade nicht mehr hier ist ja alles möglich Hä? Wo war der denn jetzt schon wieder? Ich. Hä? Ich. Wo war der? Ich hab ihn das kurz gehört, aber... Ich hab auch nicht gesehen. Der war noch relativ weit weg. Ich spüre wie ich das. Der war noch relativ weit weg. Der war noch relativ weit weg. Ich muss meine Beine mal ausstrikken. Der war noch relativ weit weg. 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 Die Frage ist eher, was ist denn hier ganz an dem Spiel? Ja, das stimmt auch wieder. Der war noch relativ weit weg. 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 Und das ist alles oben im Dunkeln. Und da läuft es ja eigentlich nur rum, um diese Kopflampe zu finden. Wo wir wahrscheinlich schon 20 Mal vorbeigegangen sind. Das war noch relativ weit weg. er hat mich und der pickel rücken hat er bleibt stehen da ist das warte noch nicht nur nicht nur nicht er hat so eine krasse karriere der so gerade jetzt laufen ja das automatisches wenn man geheilt und hier ist gar nichts wenn ich mal ein regal aufmachen der typ aber blöd dass wir noch den haben einmal geld gefunden hier ist gar nichts kann ich mal einen schrank aufmachen sind er jetzt und vor ein schluss ist jetzt wir sind sicherung ich habe meine sicherung nicht abgegeben idioten oder ja nimm du die sicherung was die sicherung noch nie abgegeben aber wir können auf einmal abgeben ich habe sie abgegeben natürlich abgegeben abgegeben ja weil es rechts unten leuchtet und ich denke mir das ist das ist das ist wenn es noch eingegeben heißt ja richtig aber immer noch nicht in heißen wir finden immer die so bestimmt hat die mussten aufladen dann ist jetzt die sich dann ist jetzt die etage auch schon fertig ich bin immer fertig richtig cool kalt ich mich gerade geschüttelt da links hoch die feuertreppe würde ich heute hinten ganz hinten nicht ich glaube er ist da also weit weg kann er dort nie sein ich glaube der ist da rechts die alexandra war hier dran am rechnungslosch der alexandra triff auf dem monito was die linie was du bleibst da ich gekocht ok du könnt also dann geh runter du zur sicherung aber nicht dass aber du kannst doch die sicherung nehmen eine ich eine denn jetzt aber ich wir wissen doch nie ob dann wieder wieder spawnen ich glaube schon das ist jetzt hier dunkel ich bin offen bei dir ich bin offen bei dir ich opfere mich nicht opfere mich ich habe doch jetzt dieses upgrade gemacht jetzt kann ich meine komische spritze länger aufladen der steht beim fahrstuhl ich kann nicht wenn er da steht alles gut alles gut gehen der ist zur treppe runter also zur trepperei der rauskommt ach doch versteck dich versteck dich da ist geld weggeflogen was ist das hier in der raum wir haben nie gesehen oh ein verbandskasten wär gut ja 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 wenn man sich wenigstens unter dem bett verstecken könnte ja ich bin ich nicht unter dem bett verstecken könnte was eigentlich total logisch ist aber nicht hier ist gar nichts irgendwie seltsam aber jetzt kommen wir gleich zur roten ist diese operationstür ist die rote türe gewesen hier ganz vorsichtig ist ein bisschen weg von dir ist wenn die türe stehen das safe bist er kommt ich bin im raum er geht raus kommt er geht wieder zurück ich bin schon tot er geht wieder rauch richtung treppe aber ich sehe halt nicht wie weiter ist ich habe einmal heilende hände ja für steg das wenigstens paar schlüssel fallen alter ich bin die rezeption Ja, das erwischt uns nicht gleich zusammen. War richtig. Jetzt hör ich ihn gar nicht mehr. Okay, komm. Ja, was? War ich, ich hab nicht mehr aufgemacht. Welche Tür? Gelbe. Gelbe. Nimm mal den Skrull. Mach mal den Blauen. Achso. Am Lila ist aufgehoben. Ja, ja, ich hab. Ja, ja, ich hab. So, nützlos. Das klingt schon voll wie die Emos, ey. Nützlos. Hier ist nichts. Dann hol ich mal den Blauen Schlüssel wieder. Hier ist mir das. Ohne rechts ist. Gleich hier. Wir haben immer noch kein Kopfding. Ganz schön scheiße. Richtig. Richtig. Wir kriegen Besuch. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nein. Ja, ja, ja. Easy. Hast du gesehen, er wolltest du zu mir? Boah, nein, da ist noch eine, die ist viel näher. Siehst du ihn? Nein, er ist weg. Das ist halt Spaß, ey. Jetzt sind wir ja mittendrin noch die Richtung geworden, wo er ändert, ey. Ja. Ja. Hier hinten, warst du schon? Ja, ja, ja. Hier waren wir schon. Hast du schon geguckt, oder was? Ja, hier war ich schon. Alles ein Trauerspiel. Ich will nicht wieder. Ich lege das gar nicht mehr ein. Ich lege das gar nicht mehr ein. Ach. Weg. Ich kann es nicht. Nach die Tür, Lotte. Ja. Gleich. Penetriert. Heftig. Aus den roten Schlüssel? Hä? Ich habe den doch sonst die ganze Zeit nicht gebraucht. Hä? Jetzt. Ja, sag doch das Spielspinnen. Wir haben keine Schlüssel. Doch, haben wir schon. Aber die ganze Zeit davor habe ich den roten Schlüssel gefahren. Ja, richtig. Das ist total verbotgt. Da kommt er, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Nein, er geht weg. Er geht hoch. Oder hatte ich den Schlüssel gehabt und ich wusste es bloß nicht. Ach, das ist schon wieder. Ja. 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 Nein, ich denke. Nee, noch nicht. Aber gleich, denke ich. Oh, der ist andersrum. Der Drecksack, der läuft immer andersrum. Es hört sich an, als wäre er noch hinter dir. Und er läuft immer andersrum. Der Pisser, Alter. Er geht die Treppe hoch. Aber ich glaube, er ist eins unter dir. Haupttreppe. Haupttreppe. Ich liege auf der Haupttreppe unten bei den Wanderungen. Er ist bei der Haupttreppe links auf die Feuerleitung gegangen. Ja, er kommt jetzt. Bitte. Aber wir werden es nie schaffen. Ich sag's dir. Weil es total buggy ist. Warum konnte man denn jetzt die rote Tür nicht öffnen? Ich weiß es nicht. Entweder hatte ich da vorher die ganze Zeit den roten Schlüssel. Kann ja sein. Ja, machen wir erst mal Folgenende. Wir sind bei 67 Minuten. Alles klar. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.